Und uns aus Niedersachsen, aus Hannover zugeschaltet ist jetzt Thorsten Habke. Herr Habke, für uns kam dieser Vorgang völlig überraschend, auch diese Aufgabe der Regierung, die das jetzt beinhaltet. Wie ist das für Sie? Sie sind Beobachter vor Ort. Waren Sie genauso überrascht wie wir? Ja, das kommt für alle Beobachter überraschend. Es kommt übrigens auch für die politisch Handelnden überraschend. Auch der Ministerpräsident wusste bis vor kurzem nicht, dass es einen solchen Amtswechsel gibt. Möglicherweise hat er es am Mittwoch erfahren. Da gehen die Informationen noch ein bisschen durcheinander. Aber auf jeden Fall auch er sehr kurzfristig erst darüber informiert. Und insofern ist das in der Tat eine faustdicke Überraschung, so eine Einstimmenmehrheit. Da wandelt man immer auf der Rasierklinge. Da geht es immer darum, Abgeordnete, die mit dem einen oder anderen nicht einverstanden sind, auch einzufangen und mitzunehmen. Insofern ist das das Risiko einer solchen Einstimmenmehrheit. Aber dass es hier an dieser Stelle scheitern könnte, das lag nicht in der Luft. Zumal die Abgeordnete Twesten ja nicht die einzige Landtagsabgeordnete ist, die nicht wieder ins Parlament einziehen wird. Auch auf SPD-Seiten gibt es solche Fälle. Aber wie gesagt, dann der eigenen Mannschaft den Rücken zu kehren, dies hat niemand anderes getan. Und dies kam heute auch im Fall von Twesten überraschend. Wie wird denn dieser Fall Twesten bei Ihnen diskutiert? Sie hat ja Ihr Landtagsmandat behalten. Das kann man ja auch kritisch sehen. Naja, das wird von denen, die Opfer sind, sehr kritisch gesehen. Der Ministerpräsident nahm das Wort unsäglich in den Mund. Er sprach von einer Intrige. Auf der anderen Seite weist man auf das Recht des Abgeordneten hin, der seinem Gewissen verantwortlich ist und solche Entscheidungen natürlich treffen kann. Das ist ja auch formal juristisch richtig. Allerdings wird dann eben immer wieder entgegengehalten von Seiten von SPD und Grünen, dass diese grüne Landtagsabgeordnete ja keine direkt gewählte Abgeordnete ist, sondern dass sie über die grüne Landesliste ins Parlament eingezogen ist. Das heißt also, es haben sie grünen Wähler gewählt. Nicht sie als Person, sondern da haben Menschen die Grünen gewählt. Und schon von daher sei dieser Schritt zu verurteilen. Ehrlich wäre es gewesen, von Festen, wenn sie denn den politischen Wechsel vornimmt, dann auch ihr Landtagsmandat niederzulegen. So die Haltung bei den Grünen und damit die Mehrheit, die 2013 von den Wählern bestimmt ist, nicht zu gefährden. Wie geht es weiter bei Ihnen, Herr Habke? Sie werden neu wählen. Wann werden Sie wählen? Zusammen mit der Bundestagswahl? Was ist da zu erwarten? Ja, das ist ja im Moment die große Frage, die sich hier jeder stellt, einschließlich des Ministerpräsidenten und der Landesregierung. Es wird jetzt erst einmal abgewartet, was die Landeswahlleiterin da in einer Art Schnellgutachten herausfindet, ob es überhaupt zeitlich noch möglich ist, mit der Bundestagswahl zusammen diesen neuen Niedersächsischen Landtag zu wählen. Es gibt übrigens schon bestimmte Landeslisten bei allen Parteien bis auf die SPD. Also diese Voraussetzung ist erst einmal erfüllt. Aber es ist eben offen, ob die Fristen, die von der Verfassung vorgegeben sind, wirklich eingehalten werden können, sodass man mit der Bundestagswahl wählen kann. Stefan Weil hat nur zu erkennen gegeben, ihm wäre das recht. Nein, er hielte es sogar für das Beste, so hat er gesagt, wenn die Wähler nicht kurz hintereinander zweimal zur Rune gehen müssten, sondern zwei Wahlen an einem Tag durchführen könnten. Aber wie gesagt, es ist im Moment noch offen, ob das tatsächlich möglich ist. Das wird sehr knapp. Thorsten Habke, live aus Hannover, ganz herzlichen Dank.